Erwähne mal die Worte Alliteration, Strophen, Polizei und Konsumieren Nineties Baby, was ich mache, das ist dope Aber Achtung, alles Alliteration Ja, ich würde dir auf jeden Fall nicht raten, so zu flowen Es sei denn, du bist so ein guter Freund der Kanalisation Bei mir ging es noch um Rap und gute Strophen Halt die Fresse, meine Texte sind verboten Viel zu abgefuckte Art, du Hure Ich bin locker über 24-7 unter Druck Ja, so produziere ich Hits Was genau ist jetzt so schlimm dran, dass ich kiff Mich hat die Polizei schon wieder nicht erwischt Doch ich konsumiere die Druck nicht, sie konsumieren mich Stefan hat gesagt